Ja, okay, okay, ich versteh schon, ich versteh schon. Was geht ab, Chef? Was geht ab, ihr Wichser? Bro, Stegi, in dem Stream zu hören, ist wild, Bro. Aber nicht lange, zwei Stunden und ich bin weg. Okay, okay. Oder? Mann, ich muss zwei Stunden. Ja, 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 ja. So macht Hugo das auch immer. Aber unter Daily, Digger. Dann geht's erstmal rein in den Döner. Wir starten auch gleich schon das Battle. Also der eine hat noch Audio-Probleme und sein Minecraft-Crash, der andere hat uns erst so laut. Kennt Kevin die aktuelle Gaming-Situation? Was? Wie du flüsterst, das ist geil. Warte, 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 warte. Der ist heimlich am Ping. Egal. Wirklich, er war gerade so. Kann man noch einen Slash-Ping hinzufügen? Ey, chill, chill, chill. Ey, hör, nein! Warte, warte, warte. Erklär mir ganz kurz. Muko Solo-Items! Mena, holt mich kurz ab. Was ist die aktuelle Gaming-Situation? Öffne den Cardscrofter-Streep und deine Augen werden die schon... Oh, nein. Das ist so unangenehm, dass man euch doppelt hört manchmal. So witzeln wir gleich nicht im Call. Ja, ihr seid ja alle gleich weg. Hey, nein! Das ist nicht Family-Friendly! Hat er es schon wieder gemacht? Ich kann nicht bei Heiko streamen schauen, weil nichts geht bei mir. Nein! Mit, mal, Hugo. Bei Heiko im Streams sieht das so aus, wie ein Scabby-Tik-Tok-Selling-Stream. Ja, Güter! Dieser Hoodie muss so stinken, Marcel! Digga Ja Hey Ja ja das ist so krass Junge sitzt der da hinten Mann man hört sich gar nicht doppelt das fuckt so krass ab Digga Ist dir das Telefon klingelt? Ist dir das Telefon klingelt? Ist dir das Telefon klingelt? Solange wir im Intro sind und noch im Call könnt ihr nicht zu zweit an ein Mikro gehen? Ja Real Talk Oh my god Ok kannst du zu mir kommen weil ich weiß nicht wie die Szene wechseln Weil auch dass der da so hinten sitzt als wäre er so in der Analyseecke Und würde so Es sieht aus wie Domino Day und hinten muss Marcel zählt ob gerade alle Steine genug gescheit gepreist sind Der rechnet gerade Ich finde die Kamera eigentlich noch geiler wie die so traurig da so steht Junge Die steht auch voll gut Ja ja nein natürlich Heiko du bist der Beste Du kannst reden jetzt wenn du gemütet bist Wo liest du eigentlich den Chatnorex? Auf dem Handy Bro das ist ja richtig traurig Ich kann mich nicht muten ich kann jetzt zwei Stunden über den Chat nicht reden Das tut mir so leid das wird der beschissenste Stream den ich je gemacht habe Ihr seid trotzdem toll alle Der sitzt da mit seinem Razor Der sagt auch nichts wenn du echt so Aktienkurse da hinten offen hast Das ist so krank Ja no joke Das ist so Aktien so Und Heiko wird gerade interviewt Für so Fernsehen Und Norex tradet gerade den S&P 500 Digga Ist das crazy Ich kann meine Arme nicht mehr hoch bewegen weil ich habe heute ein Circle Training gemacht und seitdem geht gar nichts mehr Ja ja Kannst du deine Beine ausstrecken überhaupt bei dem Tisch? Digga Ey ey ihr checkt nicht wie krass Also Norex und ich waren heute zusammen im Sport Ihr checkt nicht wie krass der abgekackt ist ne Wir kamen 20 Minuten zu spät und mein Trainer hat quasi die restliche Zeit Äh trotzdem dasselbe gemacht was wir halt hätten gemacht nur halt schneller Und wir haben halt Zirkeltraining gemacht und er ist halt nach der ersten Runde Man macht vier Runden davon so verschiedene Übungen Nach der ersten Runde ist er fast Kotze gegangen Bro Wir kommen da rein Wir kommen da rein Ich muss kurz dran Heiko möchte ich mal ein bisschen damit ich reden kann Wir kommen da rein Der Trainer sagt Digga dass wir dran sind Er macht uns richtig Angst Er sagt er wird uns jetzt richtig Ich darf es noch nicht sagen Es ist noch nicht 22 Uhr Aber wir würden uns richtig hart ran nehmen Digga dann machen wir da so vier Runden Ich mach da so Übungen die ich seit Jahren nicht gemacht hab Nein ganz kurz Ganz kurz Ich möchte ganz kurz sagen Wir haben nicht vier Runden gemacht Digga Ich hab vier Runden gemacht Ne 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 Und ja was hast du gemacht? Zwei Einen Viertel Du hast die erste Runde richtig mitgemacht Du hast dann fast gekotzt Zweite ausgesetzt Digga ich musste raus gehen weil ich kotzen musste Digga Und dritte und vierte Dritte hat er jeweils die Hälfte gemacht Digga Bro Er hat fünf Liegestütze gemacht Digga Marcel hat mehr Stories gemacht als unten Im Gymmertr Im Gymmertr Wir gerissen die Heiko Wir gerissen die Geometrie Oder warum kannst du zirkeltraining nicht Oh man Oh du das war ein Vibekiller Hey den check ich Das war ein Vibekiller Bro Das war ein Rausschmeißer Basti Das war ein Basti Klassik Digga komm mal auf So, Papaplatte, du bist der einzige Spieler, der noch nicht auf dem Server ist und da dreht Sorry! Warum ist Kevin so leise? Ähm, ist es jetzt besser? Ich spreche straight up ins Mikrofon. Ach, ich hab das Falsche runtergenommen. Nee, sorry. Jetzt ist es besser. Digga, jetzt klickst du wieder... Was? Hallo, hallo, hallo. Jetzt muss es gut sein, oder? Digga, hä? Was wolltest du grad sagen? Yo, yo, yo. Hugo. Ist Zickel drehen bei euch wirklich so krass? Ja. Ich hab das... Ich hab wirklich... Bei uns ist das richtig Lash, das Rentner-Ding eigentlich. Was heißt bei uns? Was ist das, bei dir in der Rentnergruppe im Altersheim, oder was? Ja. Nee, in meinem Gym. Ja, gefickt, Digga. Oh, man! Und nicht mit irgendwelchen Omas, Digga. Nee, keine Ahnung, Bro. Wir sind halt... Also, das hat schon... Norex, das hat schon reingeknallt, oder? Ey, warum frage ich dich? Also... Du bist fast gestorben, Digga. Digga, chill mal. Du bist viel öfter in meinem Sport und ich hatte höchsten Respekt vor dir. Nee, Realtalk, ich fand's cool, dass du's gemacht hast. Ich find's cool, dass es... Das war dein zweites Mal Sport in deinem Leben, oder, Marcel? Ja, 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 zweimal. Einmal, als du bei mir warst, und jetzt? Als du geboren wurdest, und jetzt. Ja, aber ich will jetzt nicht viel öfter Sport machen. Das ist... Ja, klar, Digga. Fünf Tage und dann ist wieder hier Chicken Man. Äh, da muss ich... Basti, muss ich Extreme Force rein? Eins? Äh, ich glaube, er ist gar nicht da, ne? Digga, schießt du dich? Nein! Nimmst du einfach nur privat auf? Ja! Richtig peinlich von dir! Du Opfer! Hä? Stegi, steht das mit später noch? Hä? Trinkt ihr Alkohol? Digga, was ist denn jetzt los? Oh nein! Nein! Ohhhh! Warum ist Cass Cam auch mit dir? Nein! Nein! Sag mir nicht NoReacts, weil die Cass Cam bekommen! Nein! Nein, Digga! Junge, Bro hat nicht mehr seinen eigenen Account? Nein! Mann, ich kann mich nicht einloggen, Digga! Die Meike ist so schicken, wie ich meine... Und? Digga, was? Ein paar Minuten-Skin dazu! Das ist der Peak von einem! Na, schere um! Ich bin heute Patrick Meier, red mich so an, Heiko! Man, ich hab nen 70er-Ping! Oh, Mann, du tust mir so leid, Hugo! Soll ich dich umarmen? Soll ich schnell! Soll ich schneller in Luxemburg? Madeira wird dich so hochnehmen mit Ping! Ja, und mit Steuern auch irgendwann! Ja, und mit Steuern auch irgendwann! Aber das ist ein anderes Thema! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott! Sorry, es ist gleich leiser, right? Wie kam ich auf die Idee, zehn Leute heute hier, also diese Sache an den Start holen, Alter. Das ist so ein bisschen, als würde man so Stream sagen, ich bin in Talk 1 im Discord und alle joinen, einfach so derweil. Sind genauso viele Viewer da. Kevin, hast du schon den Skin von Norex gesehen? Ja, ich hab auf jeden Fall den Kaskam-Account gesehen. Da haben wir grad schon drüber gesprochen, Digga. Wusstest du dich das Paluten mitzock? Paulu! Paulu ist der Beste, one-joint Paluten. Ich warte bei euch in meinen Keller und er ist nass. Ähm, ich kann ja, also ich kann ja nochmal ganz kurz erklären, ähm, es fehlt eigentlich ja nur noch Vinnie Craft. Ähm. Wo ist er? Ja, ne. Mach ohne den, Re-Rap. Nein, geh in Österreich, da gib mir jemand später winkt. Warum hast du einen Doppelkinn, obwohl du Sport machst? Kleiner Wichser! Weißt du, das macht mich irgendwie mega sauer, dass wir uns nicht bewegen können. Mhm. Das ist die Einzige, dass wir an dem Punkt über die Darühe bekommen, dass wir die Konsequenz haben müssen, weil wir ansonsten halt niemals alle 10 an einem Spot sein könnten. Ja, ist das so ein Comment, den du so einstellen kannst, so Slash, äh, Fixed Position oder so? Ja. Was sind die Teams eigentlich? Das ist krank. Lass mich frei, lass mich laufen. Warte mal. Was, ich hab grad, unser Team hat nen fucking Namen bekommen? Ähm, ja, also inaktiv und erfolgreich hab ich euch genannt. Okay. Oh nein. Okay. Wer ist wer jetzt? Ja, das ist ne gute Frage. Ähm, dann haben wir, also, dann haben wir noch Team Feister und Veni, das ist Team Euda. Oder ihr Wiens. Dann haben wir hier Team Lan Party, Zwozax und Heiko. Hier haben wir, hier haben wir drüben noch TikTok. TikTok? TikTok is crazy. Ich müh grade, pscht. Ich müh grade, dicker Opfer, Alter. Ich glaub dann. Was ist Schwabo? Was ist Schwabo? Was seid ihr? Ähm. Sag was cooles, sag was cooles. Wir sind, ähm, die OGs. Team Boss. Was? Team Bizeps. Team Handel. Team Bizeps? Team Handel? Team Muckischmiede. Muckischmiede. Team Mann. Team Männer. Och Mann, Leute, bitte. Hast dir das heute auch ne Schüssel voll Nägel gegessen? Ja, Mann. Ohne Milch. Der Typ. Er ist die Nägel oder er ist die Milch. Er auf dem Spielplatz. Er ist die Nägel oder er ist die Milch, Digga. Er ist die Nägel oder er ist die Milch, Digga. Das ist scheiße. Wir können erstmal nochmal ganz kurz vorher sagen, ich würd sagen, wir machen zwei Stunden und wir machen drei Joker, oder? Drei Joker. Können wir eine Stunde machen? Zwei Stunden? Zwei Stunden oder eine Stunde? Zwei Stunden. Ey, das kann aber sein, dass Hugo verhungert in den zwei Stunden. Hast du gelesen, Hugo? Bist du halt im Main-Haus? Ja, ich hab Main-Haus, ich hab bestellt und ich hab Spare für Abend noch, aber... Spare? In der Schalker-Box noch extra hat er das Ding drin. Dann haben wir in diesen zwei Stunden eine zehnminütige Pause. Bro, wir sind wirklich ein Deathrunner. Drei Stunden ohne Pause. Mann, du kannst doch kurz aufstehen und dir dein Essen holen. Ja, aber da bin ich ja ein Nachteil. Das bist du auch so. Hä? Hä? Gefickt, Digga! Ja, weil ich nütze Gefänger habe! Oh, 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 oh! Könnt ihr bitte aufhören abzubauen? Oh, 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 oh! Achso! Oh, 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 oh! Das ist gepackt, Leute. Das ist gepackt, Leute. Kannst du mir ganz kurz unter mir was hinbauen, Basti? Ja, du hast... eigentlich musst du die Konsequenzen eigentlich ausbauen, ne? Nein, es schüttelt die ganze Zeit, das bockt nicht. Danke. Ja. Es schüttelt. Danke, es hat sich schüttelt. Es schüttelt mich nicht mehr. Was bekomme ich, wenn ich hinbekomme, dass die Nachbarn von Heiko hier klingeln? Gibt's da extra Points? Nee, extra Points gibt's fürs Rauswerfen. Okay, okay, gut. Heiko, nach der... Wieso bist du so still, Heiko? Ich hoffe auf so ne... Die ein oder andere coole Interaktion würde ich schon haben, wenn du deine Taktik-Besprechung hast, dann würde ich schon das cool finden, wenn du nach vorne gehst. Oh, Wien ist da! Ui, da ihr Wiens! Hä? Alter, hi, Wien. Hast du Unge getroffen in Wien? Noch nicht, aber der hat mir geschrieben. Hä? Der Runde W.O.W. Song, wa? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ne Cola! Ne Cola! Ne Cola! Ne Cola! Das ist grad der Aktientrader hier, Marcel, das ist bestimmt klar. Ja, okay, der Aktientrader, gut, dann weiß er ja, was rosig ist. Ich stehe dein Video, Kollege, sag mal. Oh, ja. Nicht so rosig. Oh. Naja, nicht so rosig, Digga, stimmt. Ich hab keine Ahnung, ich bin nicht reich und trade nicht. Ich trade nur mit Villager, mein Bruder. Wow. Ja, besser als Arm, sondern Tränen? Ähm. Ja, lieber Arm dran als Arm ab. Ja, ich sag's auch noch mal genau. Er war gut! Würde mir stinken, wenn ich mit Huge im Team will. Also haben wir ein Backpack. Ja. Ach, Heiko sagt keiner was! Ja, Real Talk, das ist schon wieder hier. Ich soll fragen, er hat sich nicht getraut. Super, viele Leute schreiben mir, dass Kevin isst, aber das ist ehrlich gesagt nicht mein Problem. Bro! Das darf ich ja auch essen! Nein! Das ist doch ultra smart, dass ich gerade esse. Kevin, lass dich nicht ärgern von dem. Wir werden ja sehen, wer nachher Essen holen muss. Team TikTok nämlich. Warum heißen wir Team TikTok? Bruder, du hast heute ein TikTok gedreht. Ja, aber wichtiger? Ja, ich auch. Ihr seid Team Schule. Der eine ja nicht. Aus unterschiedlichen Gründen. Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt noch... Oh mein Gott, ich werde es bereuen. Wir machen jetzt noch ein Intro, danach starten wir. Ach, das Intro war nicht? Ich geh zu Heiko nach vorne. Machen wir so einen Fizz-Boss-Fell. Oh ja, wollen wir es mal so machen, dass jedes Team sich kurz vorstellt? Wir können auch machen... Also, wir sagen alle zusammen den Satz, heute begrüßen wir es zu einer Folge, aber jeder macht nur ein Wort. Ja, das können wir in deinem Video dann machen, aber in meinem bitte nicht. Lass anfangen, bitte, lass anfangen. Nee, passt, passt. Fang an, bitte. Sag entschuldigung. Okay, können wir losnehmen. Hugo war noch ein kleiner Joke. Ach so, war ein kleiner Spass oder was? Ja, das war ein kleiner Spass oder was? Ja, bei den Streamerboards, das war auch ein kleiner Spass oder? Natürlich, das war auch ein kleiner Spass oder? Huo, hehehe. Guck mal! Das ist doch ein Tschüsserng! Da kannst ja auch Essen nehmen. Einen Heiko gerade, bitte können wir losnehmen! Das ist egal! Mann, Hugo! Nein Nein! Digger. TikTok hat recht, du bist ein L! Haha, Digger. Das war jetzt nicht nett. Und wir werden starten, in 3, 2, 3, 2! Oh, wartet, ihr müsst doch vorher einen Like da lassen. Schaut bei allen Kanälen vorbei und schreibt die Videos auf A3, die Leute gewinnen und es geht auf in 1 und go! Let's go! Let's go! Let's go! So ein Beschiss, Digga, so ein Beschiss. Noch geht's nicht los, Leute. Die Videos werden YouTube, äh, Zuschauer wieder aufreißen. Oh, gewisst Like da lassen. Ihr müsst doch noch den Kanal abonnieren und nein, die Glocke gewinnt! Oh nein! Alle mit Nachrichtigungen an, nicht nur die Wichtigen. Ja, ich würd ja anfangen, weil es ist halt Hure gegangen. Man, wir können anfangen. Digga, als du das Intro gemacht hast und bei uns warst, da warst du doch gar nicht bei uns und als du da bei La-Party warst, dann bist du erst zu uns gekommen bei mir. Digga, so krass leckig. Was laberst du? Wer hat gesagt, was laberst du? Was laberst du, Digga? Was laberst du eigentlich? Ich kann das wirklich nicht so spielen, oh mein Gott. Ich kann das nicht, Alter, so ran. Digga, es leckt so krass. Döner macht zu, komm, geh. Nein, oh mein Gott. Es leckt wirklich so krass. Digga, es leckt gar nichts. Es hat gerade funktioniert, als ich reconnected, das ist jetzt wieder scheiße. Spiel über Handy, spiel über Handy. Wenn Hugo raus ist, dann muss ja noch einer gehen. Comment Pocket Edition. Oh mein Gott. Du hast also, du hast... Oh, ja, 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 ja! Ich hab glaube ich gut... Ich bin so oft reconnected, jetzt geht's glaube ich wieder. Okay, jetzt kannst du schnell starten. So funktioniert das nicht. Doch, doch, so funktioniert das, Leute. Jetzt geht's wieder nicht, jetzt geht's wieder nicht. Oh mein Gott. Mann, spiel doch einfach. Du bist in den QV, ist eh nicht so wichtig. Digga, Fabo, starker Call. Digga, spiel doch einfach. Andere Leute können gar nicht spielen. Wow. Zeig's ihm, Digga. Und du beschwerst dich. Danke, dass du dich für sowas stark machst, Fabo. Du bist mein... Ähm... Plus mein Gotti. Okay. Okay. Abkuppeln, Cheatime. Lass starten, lass starten. Ja, 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 ja. Okay, dann geht ihr alle in separate Calls. Wenn der Timer losgeht, dann bis hier dann geht's ab. Und dann viel Erfolg, Jungs. Und passt auf. Tschüss. Ich rufe dich an, Stiggy.